Die Jungs sind ein bisschen durchgeknallt. Bereits seit 2014 zählt eine Quad-Tour durch die Dolomiten bei Marc, Gottfried, Herbert, Thomas und Volker zum fixen Bestandteil ihres Sommerurlaubs. Unterwegs sind sie auf Kawasaki-Quads vom Typ Kfx 700, schließlich sind einige von ihnen Mitglieder im V-Force 700 Forum. Am Tag nehmen sie rund 120 Kilometer unter die Räder. Bis zu 8 Pässe geht es hinauf und wieder runter, 5 davon mit einer Seehöhe von mehr als 2000 Metern. Und da sich die Kfx-Piloten mittlerweile recht gut auskennen in den Dolomiten, kommt auf ihren Touren keine Langeweile auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020